Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mai-Ausgabe von Giganten, das Fan-Magazin. Euer inoffizielles Magazin rund um die Welt der Masters of the Universe. Ja, auch im abgelaufenen Monat April ist eine Menge für uns Masters of the Universe-Fans passiert. Und ich präsentiere euch dieses jetzt in der aktuellen Ausgabe. Aber wir beginnen wie immer zuerst mit unserer Rubrik, die Figur des Monats. Ja, und das ist unsere Figur des Monats Mai. Hordak, genauer gesagt aus der Neo-Vintage-Reihe von Super 7. Weil Hordak war mir ja dieses Mal so richtig wichtig, weil ich in diesem Monat öfter über den Namen Hordak gefallen bin. Und da dachte ich mir, nehmen wir den Hordak entweder aus der Vintage-Reihe aus den 80ern oder doch lieber etwas näher an den Filmation-Cartoon gerichteten Hordak. Dann habe ich mich einfach für diesen Hordak von Super 7 entschieden, der dieses Jahr erschienen ist. Ja, Hordak ist der Lehrmeister Skeletas. Beide sind zusammen und vor allen Dingen auch einzeln sehr, 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 sehr böse. Und im Gegensatz zu Skeletor spielen die Geschichten von Hordak auf dem Fernplaneten Etheria. Dort macht Hordak She-Ra das Leben zur Hölle. Anders in der Toyline, weil in der Toyline gehörte Hordak und seine wilde Horde zu den Masters of the Universe und machte da zusammen mit Skeletor gemeinsam Sache gegen He-Man. Und nun gibt es Aktuelles. Wie ich schon in der letzten Ausgabe unseres Magazins berichtet habe, war es damals, vor einem Monat, war es ja noch Gerücht, dass der Schauspieler Noah Centineo die Rolle im Realfilm der Masters of the Universe als He-Man übernehmen sollte. So, jetzt hat er dieses in einer amerikanischen Talkshow bestätigt. Seitdem steht die Netzgemeinde in den He-Man-Foren total Kopf. Und zwar mehr schlecht als recht. Denn viele sind mit dieser Auswahl total unzufrieden. Ja, das muss ich leider auch sagen, weil er erinnert mich mal null an He-Man. Weil He-Man ist für mich muskelbepackt, stark, blond, ja, einfach halt heldenhaft. Und er erinnert mich ein bisschen mehr so an die Avengers, ja. Er ist sportlich muskulös, halt nicht überbepackt. Er erinnert für mich und von euch ja auch bei vielen, ja, null an He-Man. Und was ist denn eure Meinung? Findet ihr diese Entscheidung gut? Ihr könnt ja mal in den Kommentarleisten unten reinposten. Findet ihr es gut? Ich glaube, die wenigsten sind damit einverstanden, ja. Dass er als neuer He-Man im Realfilm, ja, erscheinen wird. Und zu diesem Thema gibt es noch eine News, dass der Release-Termin, wir verwundern uns ja gar nichts mehr, ja. Uns war es ja schon klar, wird abermals verschoben, ja. Denn eigentlich sollte ja im Dezember 2019 der Start des Filmes sein. Aber die Macher haben jetzt bekannt gegeben, dass dieser erst 2020 stattfinden soll. Hm, wollten sie vielleicht ein Duell mit dem neuen Star-Wars-Film aus dem Weg gehen? Man weiß es nicht. Aber postet eure Meinung fleißig in die Kommentarleisten. So, und nun kommen wir nun zu den Neuigkeiten in unseren News. Die Masters zurück zu Mattel. Ja, dieses Gerücht habe ich ja schon in der letzten Ausgabe unserer Sendung schon erläutert und davon berichtet. Nun, dieses wurde jetzt nun befeuert, denn es wurde bekannt, dass man am Samstag, dem 4. Mai, also das ist morgen, also wir zeichnen gerade heute am Freitag auf, also morgen, aber falls ihr das Video schauen solltet, war das ja wahrscheinlich schon, ja. Auf der Los Amigos Con, ja, die in Hanau stattgefunden hat oder stattfindet, ist das alles kompliziert, gibt es da plötzlich Einladung. Und zwar, können wir mal einblenden, zur Teilnahme an einer exklusiven Mattel Masters of the Universe 2020 Sneak Peek Session. Brian Flynn, ja, der Macher, der Chef von Super 7, hatte ja schon mal in meinem Interview so leicht angedeutet, dass es immer schwieriger wird, die Lizenzen zu verlängern bei Mattel, weil es immer wieder neue Ansprechpartner gibt. Jetzt vermuten Fans, ich vermute auch mal, dass Mattel sich 2020 die Rechte wieder zurückkrallt, denn wie ich das schon berichtet habe, soll ja 2020 der Realfilm in die Kinos kommen. Und da würde sich ja natürlich super eignen, dass man zum Beispiel auch zu einem Film eine neue Toiline zur Serie rausbringt. So, da sind wir mal gespannt. Was meint ihr? Ihr könnt ja mal in die Kommentarleiste reinposten. Glaubt ihr auch da dran und werdet ihr froh, weil man muss ja sagen, Super 7 hat ja aus den Fehlern immer gelernt. Ich erinnere mich, 2017, wo die ersten Figuren rausgekommen sind, da gab es ja, boah, was gab es da? Kritik. Erstens, Figuren kamen beschädigt an, dann wurden die falsch versendet, falsche Verpackungssachen, falsch bemalt, falsch wurden die Namen etikettiert der Figuren. Da war ja eine Menge los. Daraus hat ja Super 7 gelernt. Also wäre es ja nicht schlecht eigentlich, dass es bei Super 7 bleibt. Aber man muss sagen, die Masters gehören zu Mattel. Und Mattel hat hochklassige Figuren bis dato immer rausgebracht von den Masters. Also ich würde eher tendieren, ja, und ich glaube auch von meinem Bauchgefühl her, Mattel wird sich 2020 wieder exklusiv, ja, um die Masters of the Universe kümmern. Was meint ihr? Postet einfach. Das zweite Top-Thema in unseren News ist es, dass Super 7 endlich es geschafft hat, dass man Snake Mountain seit dem 1. Mai nun pre-ordern kann. Ja, Wehmutstropfen für uns in Deutschland erst einmal, man kann diese nur in den USA vorbestellen. Beziehungsweise Leute, die in den USA sind, können diese vorbestellen. Wir in Deutschland gucken erst einmal in die Röhre, aber Brian Flynn hat ja schon in einem Interview gesagt, dass er zur Zeit mit deutschen Versandhändlern, wir vermuten mal die Kollegen von Space Figuren, in Verhandlungen ist, dass diese ja auch hier in Deutschland vorbestellt werden kann. So, das zum einen. Jetzt kommt der Hammer. Wir wussten ja schon, dass die Snake Mountain 600 US-Dollar kosten soll. Jetzt kommt der Knaller. Super 7 verlangt schon 150 US-Dollar Verschiffungsgebühr. Dann käme bei uns ja noch Zoll hinzu und dann würden wir ja relativ schon bei 800, 850 Euro liegen umgerechnet. Das ist natürlich schon ein richtig heißes Thema. Und man weiß ja auch nicht, was die Versandhändler noch draufschlagen. Ich habe es gelesen, in irgendeinem Forum hat jemand ausgerechnet, ein anderer Store, der das anbietet, verlangt so umgerechnet in Euro 1.150 Euro, inklusive ja, mit allem. Und das finde ich mal ein bisschen sehr, 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 sehr teuer für uns Fans. Das ist Abzocke. Für ein bisschen Plastik, was höchstens 50 bis 100 Euro kosten würde, ja, wirklich 1.150 dafür zu nehmen, das ist schon der Knaller. Kauft ihr euch diese Snake Mountain, da könnt ihr auch in die Kommentarleiste reinposten, für und wieder. Ich habe gelesen in unserer Umfrage und da kommen wir auch zu unserer Umfrage, weil ich habe vor ein paar Tagen eine Umfrage auf Giganten, das Fanmagazin bei Facebook gestartet, wie ihr, ja, ob ihr, ob ihr die Snake Mountain euch zulegen werdet. Und aktuell bei dieser Aufzeichnung, die wir gerade gestartet haben, ja, bei der Aufzeichnung des Videos sah das Ergebnis so aus. Ja, es haben 220 geantwortet aus verschiedenen Foren, ja, die haben sich da zusammengeschlossen auf unserer Seite. Und 92 Prozent, also der satte größte Teil der Community, wird sich auf gar keinen Fall die Snake Mountain holen. Und nur 8 Prozent sagen auf alle Fälle ja. Ja, das ist schon eine richtig dicke Tendenz. Man muss wirklich sagen, die Burg sieht richtig genial aus. So stellt man sich auch die Snake Mountain vor, aber natürlich für diesen Preis, selbst ich, ja, selbst ich werde mir diese nicht zulegen. Auch wenn es schweren Herzens ist, ja, werde mir diese leider nicht zulegen. Und einer hat im Forum geschrieben, in ein paar Jahren ist die sowieso nichts mehr wert. Und das sehe ich leider anders, weil wir kennen ja, wir verrückten Masters of the Universe Fans werden in ein paar Jahren diese 1.150, da wird sie, ich vermute mal, da wird sie auch nicht 1.150 kosten, sondern ich vermute mal so im 2.000er Bereich, ja, weil halt nicht so viele sehr wahrscheinlich kaufen werden, ja, werden da die Fans dieses Geld da schon ausgeben. Naja, eure Meinung in die Kommentarleiste. Ja, und dann gab es auch noch schlechte Nachrichten von Super7 für uns Vorbesteller, Direktbesteller bei Super7. Denn Super7 hat uns per Mail mitgeteilt, dass die Masters of the Universe Neo Vintage Wave 2 sich um einige Wochen verschieben wird, weil sie neue Lagerräume bekommt. Also findet die Auslieferung, so stand es drin, circa zwei bis drei Wochen später statt. Ich war total entsetzt. Erstens war ich ja schon mal entsetzt, dass ein anderer Anbieter, es war diesmal nicht Space-Figuren, diese Figuren schon den Kunden in Deutschland ausgeliefert hat. Gut, da habe ich gedacht, okay, das wird noch ein, zwei Wochen dauern, bis man eine Nachricht bekommt, dass Super7 die nun auf den Weg gebracht hat. Nein, man muss jetzt warten, war ich total enttäuscht und so stand für mich schon der Entschluss fest, ich werde bei Super7 nicht mehr vorbestellen. Ich werde andere Anbieter finden, die die Figuren noch schneller haben, als Super7 die versendet. Und ja, im Endeffekt mit Zoll etc. werde ich fast genauso viel bezahlen. Ja, wie seht ihr das? Seid ihr auch enttäuscht gewesen? Oder habt ihr schon diese Figuren? Ja, einfach mal in die Kommentare. Ja, dann wurden noch Mitte April die neuen Reaction-Figuren der Masters of the Universe von Super7 veröffentlicht. Und für alle Fans dieser Reaction-Figuren war das wieder mal ein Fest. Diesmal waren im Angebot Raman, Mürmen, Teela, Stinker und Man at Arms sowie Hordak. Da sind wir wieder beim Hordak angekommen. Und noch als Bonbon hat Super7 noch als Reaction-Figur den Slime Pit He-Man veröffentlicht. Ja, erinnert so an den Hord-Zombie von He-Man, der jetzt auch vorbestellt werden konnte. Und der ratzefatz überall schnell ausverkauft war. Tönt mich jetzt gerade auch nicht so an. Aber mit diesem Zombie-He-Man, ja, da ist was Tolles auf dem Markt. Kostet zwar sehr viel Geld, ja, wenn man ihn bestellt bei Space-Figuren, muss man schon 90 Euro latzen. Aber, was toll ist, er leuchtet im Dunkeln, genauso wie Scareglow, ja, ist da schon mal ein Punkt, was man gerne haben wollte. Äh, ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, ja, und sieht richtig geil aus. Schade war es nur, dass dieser, ja, sehr schnell ausverkauft war. Habt ihr einen ergattert? Postet mir auch da in die Kommentarleisten. Genau ein Tag nach Veröffentlichung unserer letzten Sendung von Giganten, das Fan-Magazin, hat Super7 bekannt gegeben, dass sie He-Man und Skeletor aus der Neo-Vintage-Reihe in japanische Verpackungen veröffentlichen werden. Ja, früher gab es ja, in der Vintage-Reihe gab es ja diese Verpackungen ja schon. Und Super7 hat sich wieder mal gedacht, wie kann man den Fans Geld aus der Tasche ziehen? Das war eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es war eine Vermutung. Ja, und wir veröffentlichen halt diese zwei Hauptcharaktere in diesen japanischen Verpackungen. Ja, sieht richtig gut aus, finde ich, aber muss man sowas haben? Fragezeichen. Aber man sieht auch da, Fans werden das kaufen. Ich muss leider auch zugestehen, ich habe mir diese beiden auch vorbestellt, nur wegen der Verpackung. Es gibt bis jetzt noch keine richtigen Bilder, sondern so kleine Animationen von Super7, wie es dann wirklich letztendlich aussehen wird. Man hat sie auch noch nicht in Natura gesehen. Diese sollen auch demnächst veröffentlicht werden. Ja, und für alle She-Ra-Fans war am 26. April echt ein Tag der Freude, denn der Streamingdienst Netflix hat die zweite Staffel nun online gesetzt. Und so können die neuen Folgen der Princess of Power, ja, da geschaut werden. Und ich muss damals so sagen, es hat mich jetzt nicht so sehr geflecht. Ich bin eher so der Anhänger der alten She-Ra-Folgen. Aber man muss ja ehrlich sagen, so schlecht sind die Folgen gar nicht. Also für die heutige Zeit, für unsere Kiddies, wo eigentlich auch die Zielgruppe ist, ja, ist das ideal. Und man darf das jetzt nicht so sehr verteufeln, denn so ein Reboard ist ja schon wichtig, damit auch neue Generationen erreicht werden, damit die Verkaufszahlen steigen, ja, und damit man immer wieder neue Folgen der Serie, beziehungsweise auch neue Figuren, eventuell irgendwann mal, sei es bei Mattel, sei es bei Super 7, denn bekommen kann. So viele Neuigkeiten vom abgelaufenen Monat für heute. Wir kommen nun zu unserer Rubrik Gewusst. Ja, da geht es um den Bösewicht Previs. Ja, wusstet ihr, dass er im 200Xer-Cartoon in Folge 29, kurz im Flashback, auch in der dritten Staffel wieder zurückgekehrt wäre, wenn diese es gegeben hätte und sich denn der Horde angeschlossen hätte? Wieder was gelernt. So, das war nun unsere Mai-Ausgabe von Giganten, das Fan-Magazin, eurem inoffiziellen Magazin rund um die Welt der Masters of the Universe. Mit unserer Figur Hordak wünsche ich euch einen schönen Tag. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einfach bei YouTube unter bumu.tv einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, so könnt ihr auch keine neue, aktuelle Folge verpassen. Weil da gibt es auch andere schöne Videos rund um das Thema Masters of the Universe, aber auch andere Toylines werden da beleuchtet, aber auch da gibt es Hörspiele zu reviewen und was weiß ich, DVDs, CDs. Klickt einfach mal vorbei oder dann könnt ihr auch auf Facebook gehen und unsere, ja, unsere Seite da, Giganten, das Fan-Magazin, ein Gefällt mir hinterlassen. Ihr könnt fleißig kommentieren, teilen, weiterempfehlen, was ihr auch immer gerne möchtet. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und nie vergessen, bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss! 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 Tschüss!